Bist du das, der mit dem Blitzen um sich schlägt? Ist ja furchtbar. Okay. Warum? Ich hab die größten Viecher hier besiegt, aber die kleinen zwei Gobolder, die machen mich alle. Was für den Sinn ergibt denn das? So. Ja, und der zieht immer wieder nichts ab. Das ist ja fettig. Nur eins. Was ist das? Echt jetzt? Treff den doch mal! Oder treff den einfach gar nicht! Es ist nur dieser eine Kobold, den ich nicht besiegen kann. Alle anderen sind schwächlich. Nur dieser eine ist stark. Obwohl er genauso ist wie alle anderen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Wom gehe ich denn halt? Das ist doch totaler Schwachsinn. Zwei Viertel besiegt. Zwei sind noch übrig. Und da sind wieder die beiden. Das ist doch ein kleines. Vielen Dank. Jetzt wenigstens mal ein Leder droppen können. So. Vettel, 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 Vettel. Danke. Danke. Und, äh... Nee, bereue ich nicht. Danke. 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 Okay. Tja, dann, ähm... Auf. Zur Mutter Finster. Oder Dunkelheit, oder Finsternis, oder wie es auch ist. Ja! Danke. 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 Tschüss. Danke. Do you want to work? Schön hier. Die hat mich trotz des Schutzschildes umgebracht. Obwohl es sie ist. Sie kann es dann nicht. Scheiß Talisman. Sie war nicht. Ja. Ja! Wagt es, meine eigene Magie gegen mich zu verwenden? Jep! Wiss! Die war so gut wie Tod! Das ist gemein! Schiebung! Sobald wir hier raus sind, muss ich sofort meine Sachen reparieren. Dann geht da doch alles wieder wie geschnitten Brot. Nur jetzt will ich es einmal beenden. Ähm, da lang. Das bestimmt fährt auch nicht mehr durch Wasser. Nein, halt nicht. ... ... ... ... ... ... Sehr schön, wenn er dann in der Zeit auch schlagen könnte. Schlagen? Hallo? Schlagen? Hallo? Schlagen? Hallo? Ja! Jetzt darfst du schlagen. Wahrscheinlich kommen jetzt alle Schläge noch, die ich gedrückt habe. Super. Langsam werde ich sauer. Ich kann euch nicht töten, wenn ihr das Ding da benutzt. Ja, die Magie tut euch da nix mehr an. Aha. So. 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 Ihr schreibt es, meine eigene Magie gegen mich zu verwenden? Ja. Ihr wagt es, mein Moor zu betreten. Verschwindet oder bezahlt den Preis. Fick dich. Was geht denn ab? Ich müsste Energie dazubekommen in der Zeit. Das ist total verpackt an der Stelle. Ist doch nicht zu fassen. Zwischen sind meine Sachen alle rot wahrscheinlich, wenn ich das mal so ausdrücken darf, oder? Trinkt ja jetzt nichts. Stimmt, ich hatte ein Level ab. Zwischenzeitlich mal. Vielleicht hilft es. Endo muss sich noch komplett auffüllen. Wer wagt es, meine eigene Magie gegen mich zu verwenden? Ja. So, ich kacke ich dir noch aufs Gesicht, du blöde Schlampe. So. Mann. Und diesmal hat es mir gar nichts abgezogen. So hätte es laufen müssen, von Anfang an. Und warum? Weil es nicht ging. So. So. Da dann wieder zurück. Wenn ich an Holz vorbeikomme, kann ich es auch mitnehmen. Die neuen Dailies mal ausprobieren.